Guck dir das mal! Guck dir das mal! Matrix! Wie geil! Mach doch mal, Jedi! Da runter! Ist das vielleicht behindert? So, wieder raus oder was? Ja! Und was looten wir jetzt? Ja, ist effekt, oder? Boah, alles klar, hab ich auch gehört. Ja, weiß nicht, wo ich lange bin. In der Toilette kann auch was spawnen, aber nur sehr selten, glaub ich. Hm, ich war da eben, ich hab schon eben reingebaut. Kann man hier sein Wasserflaschen aufnehmen? Das dachte ich auch gerade. Survivor, jetzt bist du Survivor und nicht mehr. Ja, das liegt am Ende. Ach, scheiße! So, wir müssen uns beeilen. Ich hab schon hier zwei Kollegen mitgenommen. Alles klar, wo fangen wir an mit dem Airfield? Machen wir erst die Hangar oder erst die Tower und sowas alles? Weiß ich nicht. Ich dachte gerade, du hättest deine Primärwaffe verloren, aber du hast sie auf dem Rücken und die war so unter deinem Anzug, ey. Ich hab mich schon erschrocken. Mann, ich würd lieber erst mal mit der Sniper hier über den Airfield rübergehen. Einfach mal um mal zu gucken. Ja, mach ruhig. Ja, Hammer! Ja, ich versuch dir die Zombies dann von Leipzig mal. Mach ruhig! Wolltest du erst zur Feuerwaffe oder was? Erst mal hinlegen und rüber gucken. Ich seh dich gar nicht mehr. Hammer, ich werd schon geschlagen. Okay. Alter! Hör auf damit, das ist so auffällig. Hammer! Ich lauf grad einfach rüber. Ich auch. Ich sollte die Waffe vielleicht ein bisschen mehr zeroen. So auf 400. Na, mach mal 300. Mit so dem Laufe des Weges mach ich das dann langsam runter. Jetzt wär ein Civilian Clothing doch ganz geil, ne? Naja. Oh, es sind halt auch 400. Dann zero ich wieder auf 400. Ist ja logisch. Ich weiß übrigens nicht, wo du bist. Ich bin rechts von dir. Und? Wie er rüber guckt. Ach da! Ist der behindert. Ich lauf jetzt erst mal zur Feuerwache. Jaja, ich bin auch unterwegs. Ja, kannst du mal ganz kurz oben in den Turm reingucken? Die Zombies sind von mir her. Nicht, dass wir da gleich weggeballert werden. Gesundheit. Tut mir leid. Fuck! Einer ist hinter mir her. Ein einziger. Und der kommt jetzt natürlich an und will Liebe, ey. Ohne Witz. Ne, aber so wie ich das jetzt mit dem normalen optischen sehe, ist da nix drin. Ja, ist auch nichts. So, und ich sehe... Alter, wie viele Zombies du am Hacken hast. Ohne Witz. Fangen wir mit der Feuerwache an, habe ich gehört. Ja, da kann man auch gut Zombies abhängen oder eventuell töten. Je nachdem. Wir entsorgen sie, würde ich sagen. Ja, aber dann lass mich lieber schießen. Ach, scheiß drauf. Kannst du noch, dass du noch ein Magazin für mich hast? Du hattest, glaube ich, damals irgendwo mal eins für mich mitgenommen. Ne, ne, das hatte ich damals in den Buggy-Typen reingelegt. Leute, jetzt kommt der mir entgegen plötzlich. Ich dachte, der wird da dir her, der Junge. Ach so, das hast du da reingelegt, gerne, dann hab ich das wohl, ne? Hm, Alter, wir nehmen dann wieder das ganze Airfield mit. Oh mein Gott, das war eine richtig dore Idee. Okay, jetzt ist eine zu. Alter, wenn man bei YouTube guckt, dann sieht man, wie alle immer vorsichtig sind. Nur wir rennen einfach und gucken, was dabei rumkommt. Oh mein Gott, da ist ein Zombie hinter dir. Schieß nicht auf den, schieß nicht auf den. Ich komme jetzt nämlich reingerannt. Alter, sind das viele. Sind das viele. Nummer eins. Alter, der Großteil von dir wankt hinter dir in den Turm rein. Ich würde nicht versuchen, die zu töten. Warum nicht? Weil es unglaublich viele sind. Echt jetzt? Kannst du von hinten das Feld aufräumen? Ich bin dabei. Ich müsste leider gerade nachladen. Scheiß, ich bin verpackt, ich kann nicht mehr zielen. Fuck! Lukas! Ich bin unterwegs. Da kommt... Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ey, sag mal, steht die auf Full? Ja, die steht auf Full. So, ihm hier einen Headshot gegeben. Alter, wie viele... Take Painkillers? Nö, hide Buddy. Lol, da kommt noch einer raus. Ja, ja, alles cool. Bam, Junge! Sauberer Durchschuss. Hide Buddy. Na, hier kommt noch irgendwo... Sei mal ruhig. Schöne Leiche. Echt jetzt? Lol. Wenn ich mich hier hin bewege, dann sehe ich deinen Namen eingezeichnet mit einem Meter Entfernung. Bist du auf dem Dach? Ja. Schöne Leiche von links. Stimmt, ich höre auch eine, aber die ist bei mir rechts. Ach, verpiss dich, du schwuler Zombie. So. Ist der tot? Ist der umgekippt oder nur losgerannt? Jo, ich höre die Leiche auch. Mhm. So, ich kletter jetzt mal runter. Und komm dann hinten, hinten denk ich rein. Okay. Ja, ja, ich bin hier noch damit beschäftigt, hier die Zombies alle zu heiden. Heidest du die jetzt echt alle? Sonst bin ich doch immer der, der die heidet. Ja, aber ich durchsuche die bei der Gelegenheit auch gleich, ob da irgendwas konntest. Ja, da kommt natürlich wieder so eine Schwuchtel runter, hm? Weißt du noch damals in der Scheune? Oh, ja. Das ist ja fast so schlimm wie das hier gerade, ey. Empty Soda, Ken. Hide Buddy. Na komm, verschwinde. Hier sind noch ganz viele. Hast du denn im Turm gesehen, ob da was drin lag, was nützlich ist? Hallo. Hallo. Lag da noch irgendwas nützlich drin? Äh, da lag eine Wasserflasche. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir da hoch wollen. Ich glaub, da oben sind noch Zombies drin. Ja. Oh. Warte mal. So. Ein sauberer Schuss. Was liegt denn hier? Hier liegt da ein... ...er Zombie. Der hat ne Bandage. Weißt du was? Ich renne jetzt rüber zum Tower. Ja, warte, ich komm mit. Warte mal ne Sekunde. Ich nehme hier mal eben ne Bandage mit. Leute, hier liegt kein Zombie. Doch, nein. Da war... Alter, übertreibt... ...Stuhlblut. Fuck. Soll ich dich nicht bandagieren? Ah, ne. Ich mach schon selber. Okay. Pass du mal lieber auf, dass hier keinen anderen Zombies reinkommt. ... ... ... ... ... ... ... drückt. Wir müssen hochklettern. Wir können... Ja, ja, ich bin schon bei der Leiter. Kletter, du Sau! Bevor die Zombies wir hier an Hacken kommen. Da hast du die Leiter. Bist du oben? Ja, ja, ich bin oben drauf. Na, guck mal, dass ich hier nicht von Zombies auf... Oh, okay, alles cool. Hier hinten drin liegen, ähm... Oh, geil, hier liegt ne G17 und ne AKM. Ich nehm die G17 anstatt der M19, glaub ich. Besser? Ne, aber da liegen drei Magazine. Und, ey, ich hab dir... Ja, aber die M19, vielleicht finden wir ja noch was. Ach, dann findest du auch ne M19. Ja, das stimmt. Ähm... Und ne AK-74-Cobra liegt hier rum. Mal kurz hochkommen, hier sitzt das XAM. Ja. So, und was looten wir als nächstes? Ähm... Keine Ahnung. In DMR-Magazin. Was ist in DMR-Magazin? Penkelaz? Eigentlich nicht, ne. Wo ist Penkelaz? M-m. Penkelaz? Naja, ich hab nur einen, glaub ich. Machst du das? Ja. Ja. Bist du runtergegangen? Ne, ne, ich hab nur grad was ausprobiert. Da hinten war nämlich so ein geiler Gastank und ich wollte unbedingt mal so ein Ding anzünden. Ich weiß nicht, wie das geht. Hm. Alter, ich wär grade fast runtergesprintet. Aber jetzt gleich kommen drei Zombies hoch. Kann sein, dass das nur mit einer Granate geht? Achtung, ich komm jetzt raus. Hm. Kann sein, dass das nur mit einer Granate geht? Fuck. Nummer 1. Da kommt gleich noch einer. Geh nicht ins Bild. Ja, ich hör ihn. Warte, ich mach. Willste? Ja, ich mach' ihn. Mach'n der da. Hahaha. Mach'n der da. Hahaha. Hahaha. Mach'n Abgang. Hahaha. Mach'n Abgang. Ist der behindert? Ich will wieder runtergucken. Ich glaub' der ist dabei verreckt. Ja, ja. Na klar. Hahaha. Ist der behindert? Ohne Witz. Willst du runtergehen? Ich warte. Ach, wir wollten noch die Hangare looten, ne? Ja, wollen wir machen? Ja, aber da sind ein paar Kollegen. Ja, und? Was ist das da hinten? Was denn? Was hast du gefunden? Da steht irgendwas auf dem Feld. Ein Zombie, wie süß. Alter. Das, das tut mir jetzt echt leid. Aber, das muss ich leider tun. Okei! Jawoll! Komm! Oh good.